Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau einer Sekunde. Bitte ein guter Shop. Okay, das Bushranger Spindpaket ist immer noch weiterhin im Shop. Ich bin gespannt, was oben ist. Oh, ich glaube da haben wir etwas Seltenes. Und ich glaube sogar etwas Ultra-Seltenes, aber schauen wir uns mal an, was hier oben noch so ist. Das war alles vor kurzem erst hier da gewesen. Nichts Besonderes. Und wir haben hier ein komplett neues Bundle für 2600 V-Bucks. Und er beschenkt mich schon wieder. Haut's mal alle nochmal für Lul-Telix ein Herz in die Kommentare. Herz in Sicht? Oh, Kuss geht raus. Das ist das neue Emote vom Paket. Das ist schon cool. Das ist schon sehr nice. Danke für den Support. Kuss geht raus. Haut's mal alle ein Herz in die Kommentare. Schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier einmal den Skin. Der hat glaube ich sogar zwei Silo, oder? Ne, hat er nicht. Okay, komisch. Aber der Skin, der hat irgendwie was. Außer das hier. Okay. Stört mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber ist das ein Bug? Ist das ein Bug? Weil ich glaube nicht, dass das hier so schief gehört. Beziehungsweise so gerade nach hinten. Wenn dann so. Gerade nach unten, oder? Also das sieht mega komisch aus. Ansonsten chilliger Skin. Passendes Backbling. Was ist das hier? Kann mal einer gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Spitzack ist heftig. Langweiliger Sound. Aber ist echt nicht schlecht. Sieht stark aus. Ansonsten haben wir hier den Gleiter. Oha. Alter, was ist das denn für ein verrückter Gleiter? Okay, das ist schon sehr nice. Der gefällt mir gut. Lackierung ist reaktiv und animiert. Waffeneffekt auslösen. Ja, ist okay. Ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Okay, ist immer der gleiche Effekt. Ja, ja, warum nicht? Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Passender Ladebildschirm. Der sieht nicht schlecht aus. Gefällt mir gut. Kleine Info. Ich bin um 2.20 Uhr. Also von jetzt aus gesehen in knapp 18 Minuten live auf Twitch. Könnt ihr mir dort gerne folgen. Falls ihr Zeit habt, schaut gerne beim Stream vorbei. Ich bin so ungefähr eine Stunde live auf Twitch. Also nicht allzu lange. Denn es ist sowieso schon etwas spät. Emote ist okay. Kann man mitnehmen. Was kostet das Ganze einzeln? 1.5 Uhr. Da lohnt sich eher das Paket. 1.2 Uhr würde ich jetzt auch nicht ausgeben. Würde ich auch gleich das Paket holen. Spitzacke kann man sich für den Preis holen. Warum nicht? Und Herz in Sicht kostet 300. Irgendeiner hat gestern im Stream geschrieben, in den Chat, dass das Emote 300 kosten würde. GG. Er hatte auf jeden Fall recht. 500 für die Lackierung. Finde ich auch in Ordnung. So, ich schaue kurz nach, ob wir was Seltenes haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir heute was krass Seltenes am Start haben. Bitte. Komm schon. Ich spüre es doch. Und... Ah, okay. Es geht. Es geht. Ja, es geht. Wir haben drei so halbwegs seltene Dinge drin. Ja, soweit ich es jage. Ja, ist okay. Ist okay. Schauen wir uns das mal an hier. Ja, Finzerbomber ist immer noch ein cooler Skin. Passt sogar mein Backbling dazu. Cooles Rückenteil. Vor allem mit dem Würfel hier als Anhänger. Sehr nice. Spitzsacke. Fühle ich immer noch. Auch für den Preis. Die hat was. Allein der Sound. Und vor allem die Hörner fangen an zu leuchten. Umso mehr Kills man macht. Den kann ich auch empfehlen. Sehr nicer Gleiter. Dann haben wir hier das Puls-Paket. Ist sehr verrückt. Sehr verrückt. Aber würde ich nicht spielen. Sehr verrückt. Einmal hier. War aber schon echt oft im Shop da gewesen, muss ich sagen. Ja. Spitzsacke hat einen coolen Sound. Aber auch sehr verrückt. Gleiter ist schön. Boah, der Sound alleine schon. Ja, ist nicht schlecht. Was ist das hier? Reagiert auf den Gameplay. Okay, wenn man anscheinend schießt oder so. Waffeneffekt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja. Boah, hier sieht es. Es ist ein sehr verrücktes Wandel. 1,5. 1,5. 800 in Ordnung. 1,2. Ja, ja. Okay, 500 ist auch in Ordnung. Dann haben wir hier den täglichen Bereich. Da haben wir hier einmal den hier. Der war zuletzt vor 40 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Hat insgesamt 4 Stile. Ja. Fühle ich jetzt nicht so. Fühle ich jetzt ganz ehrlich gar nicht. Was haben wir hier? Ja, ja. Es geht. Es geht. Der hat zwar viele Stile, aber... Nö. Ist nicht so. Meins Backbling. Was haben wir hier? Ein Motor. Okay, da verändern sich nur die Farben. Ist aber lustig. Dass es so animiert ist. Ansonsten gibt es hier noch die Dame. Ich dachte, dass die hier so um die 600, 700 Tage alt wäre. Aber nein, die ist 101 Tage alt. Der hat was. Wollte ich mir auch mehr kaufen. Aber ich warte immer noch auf ein Paket, was in den Shop reinkommen soll. Und nein, es ist nicht das Marshmallow oder Travis Scott Paket. Mh... 123 Tage alt. Habe ich auch schon echt lange nicht mehr im Shop da gewesen. Beziehungsweise gesehen. Die ist heftig. Die ist schon schmackhaft. Dann haben wir gut geölt. Ist sogar 113 Tage alt. Also quasi... Ich sag jetzt mal... Drei seltene Tänze. So halbwegs. Ja, ist in Ordnung. Das Emote. Auf die Plätze. Ach, das ist neu. Ey, warte mal. Ist das ein Shop Bug? Also hier in den Leaks steht, dass es neu ist. Das Emote ist neu. Habe ich noch nie gesehen. Also in den Leaks steht, dass es neu. Könnt mich gerne korrigieren. Aber ich meine, das ist neu. Okay, passiert nichts. Wow, starkes Emote. Würde ich mir nicht kaufen. Ansonsten weiterhin die ganzen Pakete im Shop. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem etwas längeren Shop Video.